Das Schulklima ist echt fein, weil dadurch, dass es so eine kleine Schule ist, haben wir eine voll gute Bindung zueinander. Man kennt sich auf der Gänge und so und umso länger man in der Schule ist, umso mehr schließt man die Schule ins Herz. Besonderes gut gefällt mir, dass einfach jeder das sieht kann, wie er will, dass keiner irgendwie auf den anderen irgendwie herabschauen ist, sondern einfach jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Wir haben die drei Zweige, ich glaube da ist für jeden was dabei. Ich habe mich für den Musikzweig entschieden, weil ich halt gern Musik mache. Ich habe mich für den naturwissenschaftlichen Zweig entschieden, da es an dieser Schule das Fach Bionik gibt und das finde ich sehr spannend. Ich habe mich für den Kunstzweig entschieden, weil ich es sehr, sehr gerne mag. Ich male so gut wie jeden Tag und ich wollte unbedingt wissen, wie die Leute in diesem Zweig denken. Mir gefällt am meisten, dass man im musischen Zweig auch Auftritte hat und so, natürlich live und ich finde das total cool. Besonders gut gefällt mir, dass wir am Ende der vier Jahre eine Bandmatura machen können, bei denen wir unseren eigenen Song aufnehmen können. Bei mir ist zum Beispiel der naturwissenschaftliche Zweig ziemlich gut für das Medizinstudium, weil da Biologie und Chemie und Physik bevorzugt werden. Mir gefällt am Kunstzweig am meisten, dass es im Zweig selber sehr viele Bereiche gibt, die man erlernen kann und selbst wenn man keine Vorkenntnisse hat, dass es sehr viel Spaß macht. Es gibt Unterrichtsfach Print, wo mir sehr gut gefällt, weil man da Bilder halt mehr bearbeiten lernt. Ich bin deswegen am Borg-Lautrach, weil ich das da kann. Also im Videobereich lernen wir auch die Special Effects und darum kann ich das, ja. Ich persönlich finde, dass die Ausstattung am Borg-Lautrach die beste ist, die ich je gesehen habe, weil im musischen Zweig gibt es eine sehr gute Ausrüstung. Ich als Naturwissenschaftler habe in Biologie viele verschiedene Mikroskope zur Verfügung und für den Chemieunterricht haben wir genügend, um spannende und tolle Versuche zu machen. Und auch für Physik und Bionik haben wir Roboter und programmierbare Systeme wie Arduinos, die den Unterricht spannend und toll gestalten. Die Ausstattung ist extrem gut am Borg-Lautrach. Ich glaube, allein im Bandraum von uns haben wir fünf Gitarren, vier Klaviere, drei Scharkzeuge und ganz, ganz viele Mikrofone und nicht zu vergessen, unser Mac-Raum, der ist auch einfach sehr up-to-date und extrem modern. An dieser Schule ist vor allem besser die Verbindung zwischen Lehrer und Schüler. Also man ist sehr viel direkt und man kann sich viel besser austauschen. Und die Lehrer sind sehr hilfsbereit und ja, das gefällt mir sehr. Wir haben eine organisierte Direktorin, die nie den Überblick verliert. Wir haben sehr, sehr liebe, nette, sympathische, zuvor kommende Lehrpersonen an dieser Schule. Und ich finde, das ist so viel wert. Also ich finde, wir haben da einen sehr familiären Umgang miteinander. Jeder wird toleriert und akzeptiert, so wie er ist. Und das ist sehr angenehm, zum da in die Schule gehen. Möglichen borderline. Ich bin Menschenreche. Ich hoffe ihr Jahren founders. future- oder sollte. Where? Wie? Wer?